Kann man eigentlich auf so nem Netz landen? Kannst mal probieren. Wenn der Anti-Disable-Mod drin ist durchs Mappen, dann kannst du eigentlich theoretisch schon noch landen. Weil beim Mappen gibts ja diesen Code an, damit das... Oh, Stromleitung. Damit das nicht kaputt geht, ja. Ah, aber der Helikopter sagt, ich bin immer noch nicht auf dem Boden, also lässt er mich nicht aussteigen. Nicht? Nee. Ich könnte jetzt nen Schlottersitz betätigen. Mach mal. Halt, bist du auf so nem Turm gelandet? Nee, auf nem Netz. Auf so nem Netz darf ich aufpassen wegen Schlottersitz, weil wenn du auf dem Netz aufkommst, ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dich verreckst. Ja, ich hüpfe hier gerade rum. Dann kann mein Fallschirm öffnen. Kriege ich deinen Helfer? Das ist mein Helm und auch meine Weste. Ja, und gestern hab ich ne Katiba, einen Schalldämpfer und einen RCO verloren. Wie das? Oh Gott, der Helikopter kommt runter. Und gleich macht's bumm. Was hat der Kerl denn jetzt schon wieder für Attacken gegangen? Bist du tot? Ja, der Hobby-Boot ist runtergefallen, der hat mich erschlagen. Fertig.